Die HAM-AG in Tierschenreuth, ein modernes, dynamisches Unternehmen inmitten der Oberpfalz. Die Produkte, anwendungsfreundliche und innovative Maschinen für das Verdichten, sprich erstklassige Technik für den Straßen- und Erdbau. Als einer der drei größten Straßenwalzenhersteller der Welt kann die HAM-AG eine stetig steigende Exportrate verbuchen. Von Tierschenreuth aus gehen Maschinen in alle Welt. Einer der Gründe für die dynamische Entwicklung ist die Investition des Unternehmens in Forschung und Entwicklung. Jeder zehnte Beschäftigte arbeitet in diesem Bereich. Hohe Funktionalität und hohe Wirtschaftlichkeit zeichnen die HAM-Produkte aus. Sie sind außerdem stets von ansprechendem und modernem Design. Zahlreiche internationale Designpreise geben dem Unternehmen Recht. Wenn auch Sie Teil der HAM-AG werden möchten, richten Sie Ihr Bewerbungsschreiben für einen Ausbildungsplatz an die HAM-AG in der HAM-Straße 1 in Tierschenreuth. Für den Ausbildungsbeginn 2011 sind noch Lehrstellen frei. Ausgebildet werden junge Frauen und Männer zu Industriekaufleuten, Mechatronikern und Industriemechanikern.